Hallo, ich grüße meine Roma, ich grüße meinen Papa, ich grüße meine Mama, ich grüße meine Katze. Mach dir ein Tutorial! Komm! Ein Tutorial? Mach ihn! Wie? Abonnieren, favorisieren! Abonnieren, favorisieren! Abonnieren! 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 Moin Terry, ich hoffe, dir geht es in der Zeit so um Doom und EMP und Fick dich. Hey Annek, sag mal Hallo Terry. Hallo Terry. Ja, das war es dann mit dem Gamescom-Bericht und unsere Eindrücke waren warm und hinter der Kamera war auch 90% des Videos dann auch der NLU XHD, meine Grafikkure, das ist ein Daumen gewesen und ja, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht nächstes Jahr bei der Gamescom und tschüss. Okay, hallo Terry, ja ich bin der Jando XHD, ich war der, der 90% hinter der Kamera vom Felix stand und ja, unsere Eindrücke, es war warm, wie Felix schon gesagt hat, viel zu warm. Das können auch die anderen Leute hier bestätigen, wenn man die Kamera mal nach da schwenkt. Ja, war heute sehr warm, aber die Messehallen waren gekriegt von aus, war es doch recht angenehm. Und das Licht ist so hell, willst du auch noch mal ein paar Worte an die Kamera richten? Hi. Hi. Ja, und dann halt die Gamescom, also wir haben eigentlich fast keine Spiele angetestet, das war ja der Witz, wir haben den ersten YouTuber gesehen und alles mögliche und jetzt kommt unsere Bahn jedenfalls, es war einfach viel zu voll, sich irgendwo anzustellen, das macht keinen Bock und ja, das war das erste Mal, tschüss.